Hanna möchte, dass sich ihre neuen, flauschigen Freunde so richtig wohlfühlen. Sie hat lange gespart und insgesamt nun 208,26 Euro und möchte davon für ihre Ratten ein neues Gehege bauen. Um ihre Gesamtausgaben im Blick zu behalten, muss sie mit Dezimalbrüchen rechnen können. Hanna geht als erstes in den Baumarkt, um sich einen Hammer für 3,40 Euro und Nägel für 3,20 Euro zu kaufen. Zusammen sind das 6,60 Euro. Aber um ein richtiges Paradies zu bauen, benötigt Hanna außerdem noch Holz und Gitter. Für das Holz gibt sie 35,89 Euro und für das Gitter 10,33 Euro aus. Das ist zu schwer, um es einfach im Kopf zu rechnen. Schreiben wir die Werte stellengerecht untereinander, also Hundertstel unter Hundertstel, Zehntel unter Zehntel, Einer unter Einer und Zehner unter Zehner, können wir mit der Addition beginnen. Achte darauf, dass die Kommers ebenfalls untereinander stehen. 3 plus 9 sind 12. Wir schreiben also die 2 in die Spalte der Hundertstel und notieren den Übertrag. Machen wir weiter mit den Zehnteln. 1 plus 3 plus 8 sind 12. Wir notieren im Ergebnis also wieder eine 2 und schreiben den Übertrag in die nächste Spalte. Auch beim Ergebnis dürfen wir das Komma nicht vergessen. Rechnen wir stellengerecht weiter, so erhalten wir 46,22 Euro. Im Baumarkt hat Hanna für Hammer und Nägel 6,60 Euro und für Holz und Gitter 46,22 Euro ausgegeben. Insgesamt also 52,82 Euro. Doch wie viel Geld bleibt ihr denn dann noch? Um dies herauszufinden, müssen wir subtrahieren. Hanna hatte zu Beginn 208,26 Euro. Wir rechnen also 208,26 Euro minus 52,82 Euro. Dies rechnen wir am besten schriftlich und achten wieder darauf, die Kommas untereinander zu schreiben. Bei den Hundertsteln rechnen wir also 6 minus 2 und erhalten 4. Bei den Zehnteln rechnen wir 2 minus 8 bzw. 12 minus 8 und erhalten ebenfalls 4. Nun dürfen wir sowohl den Übertrag als auch das Komma im Ergebnis nicht vergessen. Rechnen wir mit diesem Verfahren weiter, so sehen wir, dass Hanna noch 155,44 Euro zur Verfügung stehen. Damit die Ratten sich in ihrem Gehege so richtig wohlfühlen, erwirbt Hanna 10 Hängematten. Dabei kostet eine Hängematte 12,68 Euro. Um den Gesamtpreis für die Hängematten herauszufinden, müssen wir also multiplizieren. Multiplizieren wir einen Dezimalbruch mit 10, so können wir einfach das Komma um eine Stelle nach rechts verschieben. Bei der Multiplikation mit einer 10er Potenz verschiebst du das Komma um die Anzahl der Nullen nach rechts. In manchen Fällen musst du außerdem Nullen ergänzen. Damit die Ratten es noch gemütlicher haben, kauft Hanna außerdem 2,35 Kilogramm Papierwolle. Ein Kilogramm der Papierwolle kostet 9,74 Euro. Um herauszufinden, wie viel Hanna für die Papierwolle ausgibt, multiplizieren wir schriftlich. Und zwar genauso, wie wir es bei den natürlichen Zahlen kennen. Es wird also stellenweise multipliziert und dann addiert. Um das Komma im Ergebnis richtig zu setzen, zählst du einfach, wie viele Nachkommastellen die beiden Faktoren insgesamt besitzen. Das Ergebnis hat demnach 4 Nachkommastellen. Damit die Ratten auch groß und stark werden, kauft Hanna außerdem noch Futter. Hanna sieht ein 5,75 Kilogramm schweres Vorteilspaket, welches 10 kleinere Packungen enthält. Um herauszufinden, wie viel Futter in einer dieser Packungen ist, dividieren wir durch 10. Ähnlich wie bei der Multiplikation können wir bei der Division durch eine Zehnerpotenz das Komma verschieben. Wir verschieben es dieses Mal aber nach links. Da das Komma nun am Anfang der Zahl steht, müssen wir hier eine Null hinzufügen. Bei der Division durch eine Zehnerpotenz verschiebst du das Komma also um die Anzahl der Nullen nach links. In manchen Fällen musst du außerdem Nullen ergänzen. Als letztes möchte Hanna noch Joghurt-Drops für die Ratten kaufen, da sie weiß, wie gerne sie diese naschen. Ein Kilogramm Joghurt-Drops kostet 15,65 Euro. Nach all diesen Ausgaben hat Hanna aber nur noch 6,26 Euro. Durch die Division können wir herausfinden, wie viel Kilogramm von den Joghurt-Drops sie kaufen kann. Dividieren wir durch eine Dezimalzahl, so müssen wir bei beiden Zahlen das Komma um die gleiche Stellenanzahl verschieben. Und zwar so weit, bis der Divisor kein Komma mehr hat. Wir können nun 626 durch 1565 teilen. Da 1565 kein einziges Mal in 626 passt, schreiben wir im Ergebnis zunächst eine Null mit einem Komma auf und hängen dann hier ebenfalls eine Null an 626. 1565 passt genau vier Mal in 6260. Also kann Hanna 0,4 Kilogramm der Joghurt-Drops kaufen. Während die Ratten in ihr neues Zuhause einziehen, fassen wir zusammen. Bei der Addition und Subtraktion mit Dezimalzahlen schreiben wir die Zahlen stellengerecht untereinander und können dann schriftlich rechnen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Kommas untereinander stehen. Multipliziert man zwei Dezimalzahlen miteinander, so ergeben die Nachkommastellen der beiden Faktoren zusammen die Anzahl der Nachkommastellen im Ergebnis. Bei der Division verschieben wir die Kommas beider Zahlen um die gleiche Stellenanzahl, bis das Komma im Divisor verschwindet und können dann wie gewohnt dividieren. Aber schauen wir doch mal, wie es den Ratten in ihrem neuen Paradies so gefällt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017